Hey Leute, hier ist Max, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und wir waren vor der Zeit bei der Poststation bzw. bei der Packstation und da waren einige Briefe für mich und auch ein Paket und zwar das hier, das werde ich auch auf jeden Fall gleich noch im Laufe des Videos auspacken und da werden wir sehen was da drin ist, ich bin schon echt gespannt, ich habe keine Ahnung was da drin sein soll ist auf jeden Fall ein Schulkarton, ich hoffe da sind keine Schuhe drin das wäre jetzt auch das Beste, ich würde sagen wir öffnen einfach mal am Anfang so ein, zwei Briefe und kommen dann zu dem Riesenpaket oh mein Gott, die Kamera ist morgen oben drin haben wir einen Rückumschlag, ich hoffe mit Briefmarke wenn nicht, dann nicht gut, oh okay, ich glaube da ist keiner mit dabei das ist natürlich nicht so optimal gerade naja, was soll's, hier haben wir einen Brief oh ja, Max ist der coolste und der beste Dankeschön schon mal, jetzt lese ich mal den Brief vor Hey Max, ich heiße Lisa und bin zwölf Jahre alt du bist mein Lieblings-YouTuber deine Videos und Vlogs sind richtig gut du bist der coolste erstmal vielen, vielen Dank an dich, Lisa und die Grüße gehen da raus ähm, ich hab zwei Fragen erstens, kannst du mich grüßen? ja, wie gesagt, Grüße an dich, Lisa und zwar jetzt kannst du mir eine Autogrammkarte schicken liebe Grüß, Lisa helfe ich auch noch eine Autogrammkarte, schick dir am besten einfach nochmal ein Briefumschlag, wo nochmal eine Briefmarke drauf ist damit du auch eine Autogrammkarte bekommen kannst da liegen Briefe da unten liegen Briefe und an der Seite liegen auch noch Briefe das sind auch alles Briefe, wo ich Autogrammkarten unterschreiben muss und ja, das verzögert sich gerade momentan ein bisschen aber muss ich mal demnächst machen der muss niesen oder nicht? ich mag dich sehr gern und du hast immer einen Sinn für Humor bei jedem Video das freut mich doch, dass ich einen Sinn für Humor habe ich hoffe, du wirst sehr viel Erfolg mit YouTube machen das muss er haben, glaube ich, soll es heißen aber naja, ist ja egal dein Gaming Bros HD und da unten steht auch Max ja, vielen Dank an dich und Grüße gehen raus und dann würde ich sagen packen wir jetzt einfach mal das Paket aus so, das haben wir nämlich hier das Paket da ist anscheinend sehr viel drin und das Lustige ist es ist jemand aus Kiel ich würde sagen machen wir das Ganze immer auf die Schere ist echt und der Paket und das Paket ist auf ich würde sagen schauen wir mal rein ich darf die Adresse nicht zeigen wenn nicht so cool oh Gott was haben wir hier alles das ist doch nicht mehr normal das ist einfach bis oben hin voll das Paket oh mein Gott was ist da alles drin ok, ich würde sagen fangen wir an mit dem Brief denn vorne drauf ist ein Brief der ist ziemlich bunt und ja oben steht ich hab's da ich hab Geld E-Tag-Lui-Lui-Lui von diesem Lied kennt ihr bestimmt auch da steht das und Hashtag Road to 100k ja auf jeden Fall vielen Dank an jeden der mich hier abonniert und ja ich würde sagen wir lese einfach mal jetzt den Brief vor ey wow das sind ja so viele Sticker hier drauf und echt so echt so mit ganz vielen Farben ok hi ich bin mal Dieter und ich hoffe du weißt wer ich bin ich hab dir geschrieben dass du mir äh dass du dir meinen Namen merken sollst ich bin 14 Jahre alt und wohne auch in Kiel punkt punkt nachdenkzeit ok ja ich weiß wer du bist das ist so eine Fanpage achso da steht auch da nochmal falls du nicht weißt wer ich bin in Klammern das ziemlich traurig wäre ich bin deine Fanpage at max.echze.fanpage unterstrich so heißt der auf Instagram der folge ich auch naja auf jeden Fall viel Spaß mit diesen unnötigen Sachen ok was wird da drin sein ich meine das sind ich meine das sind verdammt viele Geschenke da drin die sind auch alle so ordentlich eingepackt alle mit einem etwas gewöhnungsbedürftigen Geschenkpapier sag ich mal so und einfach die nummerierten Sachen nacheinander auspacken you know ok das kann ich machen bleib so wie du bist und verändere dich nicht werde ich versuchen natürlich und vor allem danke für alles du Lappen ja so ein paar Insider vielleicht noch mal mit drin und ja dankeschön I love you herz ok ps hoffe deine Wäsche ist im Schrank denn wie ihr seht seht ihr dass meine Wäsche nicht im Schrank ist das hätte ich echt nicht vorlesen müssen verdammt naja ich würde sagen kommen wir nun einmal zum Paket zurück denn hier ist echt viel drin das müssen wir einfach mal langsam auspacken hier haben wir jetzt noch mal einen Rückumschlag der frankiert ist das ist sehr gut wäre cool wenn du ans Herz denken würdest das kann ich machen das muss sein darf ich natürlich nicht vergessen so toll wo ist die 1 da drin ich würde sagen ich lege die mir hin hier haben wir die 11 lege ich mir mal hier hin haben wir hier die 13 das heißt die 13 kommt da runter haben wir ein wunder der karton geht sogar noch leer da ist nichts mehr drin ich würde sagen ich zeige euch mal was alles da drin ist eben wenn die kompletten Inhalt von 1 bis 13 und an der Stelle auf jeden Fall vielen vielen Dank an dich mal Dieter das ist echt heftig viel was du hier so eingepackt hast ich würde sagen fangen wir mit der 1 an da steht drauf pink verpackung musste mit ich will sagen gucke mal ah packt das so aus so ich hatte die 1 zu kaputt machen das geschenkpapier ist natürlich wichtig das ist der hier das habe ich mal gut gesagt muss man sagen Troils Mini Cookies ok dankeschön ja kannte ich bisher ehrlich gesagt noch gar nicht ja danke ich würde sagen jetzt fangen wir mal das zweite aus und am ende zeige euch auch nochmal was alles insgesamt da drin war ok zweitens für den Notfall was ist das das ist immer Kinderpflaster was hier mit Kinderpflaster ja jetzt macht es auch Sinn mit für den Notfall ja dankeschön dafür 10 Stück sogar wasserfest ok wasserfest ist sogar ganz gut an der Stelle dann kann man sich damit sogar Hände waschen und so hab dich in pink gesehen ja im Brief hat er sowas mit Lappen drin und jetzt haben wir hier so einen pinken Lappen ok mit sowas habe ich ehrlich gesagt auch gerechnet dass da sowas drin sein wird ich schreibe mit dieser Fanpage übrigens auch über Instagram öfter ok das ist jetzt witzig er war so ein pinker Lappen so das nächste viertens dachte du brauchst eine was ist das ist so ein Haar ja so ein Kamm Haar ich wollte naja es ist ein Kamm ja gut ein pinker Kamm der wir waren sehr nützlich für mich kämmen wir meine Haare auf jeden Fall jeden Tag immer 5 bis 10 mal nicht ja dankeschön auf jeden Fall dafür fangen bloß nicht an zu sammeln hä? ich meinte sie damit jetzt packen wir das auch mal aus irgendwas was man hier sammeln soll oh man was soll denn da noch kommen ich meine ich bin doch am Anfang und das geht bis 13 ich glaube ich werde die nicht sammeln hab ich mal dankeschön werde ich nützlich einsetzen bisher ist alles ziemlich pink ich vermute mal dass der Rest auch ziemlich pink sein wird und ich glaube das steigert sich noch und hier sechstens hat mich verstört ich will da ehrlich gesagt gar nicht wissen was da drin ist packen wir das mal aus und da haben wir Bananaspray Candy 50ml alles klar okay das sag ich jetzt mal nicht so viel wir kommen direkt zum nächsten Geschenk Poffe die riecht gut ist das eine Handcreme oder sowas okay das ist schon mal von Rossmann oder ja Rossmann heißt das ja ich sag's doch ist es Handcreme Handcreme Zauberei 24 Stunden Feuchtigkeit trockene Haut limitierte Edition alles klar ich wusste nicht mal dass es sowas gibt bisher ist alles pink außer diese Banane zu achtens es gab keine mit Einhörern das ist was das sind oder ist keine Ahnung äh heft wie heißt denn das Monster High auf jeden Fall danke dafür habe ich ehrlich gesagt früher in meiner Werbung gesehen aber das ist schon ein bisschen her ich dachte sowas gibt es gar nicht mehr okay das sind irgendwie Lumenbänder oder sowas oder es ist nach so einer Zeitschrift oder sowas aus okay aber es ist auch pink ich weiß gar nicht was damit machen sollen bei den ganzen Zeug hier oder komm jetzt schon zu neuntens schmeckt glaube ich gewöhnlich okay da haben wir dann ich wusste nicht warum warum gibt es von allem so ne Einhornedition es sind es ist es es ist es es ist es Papier komm hier so auch in Einhorn natürlich und pink okay komm jetzt zu der Zehen Zehntens riecht so gut das kann doch nichts werden oder ach ne muss nicht sein was Einhornpups alles klar sowas gibt es was was äh okay es ist aber nicht pink aber ich weiß nicht was ich damit machen soll ehrlich jetzt okay kommen wir zu der Elf hoffe die passen wie die passen hier sind Socken drin Einhornsocken sind da drin ja dankeschön dafür der Zwölftens musste ich dir kaufen gibt es da jetzt überhaupt eine Steigerung gibt es doch was Schlimmeres sag ich mal mal rein es ist eine Handyhülle mit Einhörnern wie ist denn ich hätte nicht gedacht dass es alles mit Einhorn noch gibt ich würde sagen das passt doch ja gut neue Hülle würde ich mal sagen ne aber ich glaube mein alter ist auch nicht kaputt ich muss wohl gucken aber es ist wenigstens ich bin voll sogar einfach es sind einfach Einhörner mit da drauf das ist mein alter hier mal neue ja cool dankeschön voll süß was kann das sein voll süß nach Emoji sticky notes okay mit so einem Siley eine Geburtstagstorte und hier oben haben wir noch ja was ist das so ein ja es sind halt smileys ja auf jeden Fall vielen vielen Dank an dich Madita und auch jeden anderen der mir hier was geschickt hat Grüße gehen raus an jeden hier gerade echt krass was mir jetzt hier geschickt wurde ja so nochmal kurz hier zur Übersicht das alles war mit dabei und nicht zu vergessen hier meine Handyhülle ja und damit würde ich sagen war es das jetzt auch hier von mir und meinem Video und ja lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da klickt hier in der Mitte auf mein Logo dann könnt ihr mich dann abonnieren rechts ne links und rechts findet ihr zwei weitere Videos die ihr euch gerne anschauen könnt und dann bis zum nächsten Mal euer Max Ciao